Heiho und willkommen zurück bei den lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zur Castle Story. Ja, dem großen Abholzen. Wir brauchen ja Holz, um... ...ja, hier weiter aufzufüllen. So, hier geht er erstmal weg dort. Hast du noch Position? Ein bisschen, okay. Yeiho, Drator. Lawrence, Add version, Nev. Jasper. K'sihe. T 감seindustrialsp Direkt erолодado. Somensarin das Eisenwald abonnieren. So, das war wieder zu viel des Guten. Dann kann ich euch wieder zurück verschieben. Okay, das zählt leider wohl nicht als Baum. Wo ist mein Aufräumtask? Da. So. Da brauche ich eigentlich gar nicht so viel rummanagen. Ich lasse es einfach auf Prio 1. Und lasse sie aufräumen. Entweder gehen sie da gleich hacken oder sie räumen es hier auf die Dinger auf. So, er baut die Treppe nach hier oben an das Holz. Ja, das ist es so. 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 Wir werden darauf warten müssen, dass die Treppe gebaut wird. Können sie das letzte Holz abtransportieren? Na was sagt der Bauer? Was braucht er noch? 1300, okay. So, das heißt ich kann das auch wieder abreißen. Ja, vier Treppen werden noch gebraucht. Klopp. Oh, gleich zwei auf einmal. Ja, in solchen Fallen ist die KI da doch ein bisschen praktisch. Weil er wird jetzt wahrscheinlich den nächsten Bauauftrag einfach... Nein, er ist dämlich. Okay, ich nehme es zurück. KI nicht schlau. Na guck mal, das ganze Holz hier ist auch schon wieder weggebümmelt. Okay. Okay. Dann gehe ich ja jetzt schon mal... Ich nehme dieses Menü, sondern dieses Menü hier. Okay. So. Gut. Gut. Die letzten Steine kommen dann auf ihren Haufen. Und ich hoffe mal, dass die sechs irgendwie an die Bäume da rankommen. Scheinbar nicht. Nicht. Scheinbar nicht. Äh... Müssen wir etwas improvisieren. Nicht mit einem... Mit Flatten. So klein wie es geht. So. Mal gucken, was sie jetzt machen. Hier steht doch jetzt nicht ernsthaft alle da rum. Hallo. 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 ja komm die 20 ach du kommst doch nichts mehr ran oder wie sorge es kommt das muss euch dann gereicht haben beweg dich los ernsthaft das ding vor dir ist frei du kommst nicht was soll das ja 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 das ist doch jetzt ich komme nicht an das holz hier ran ja jetzt muss ich mir überlegen was mache ich wie komme ich an das holz hier oben du komm her jetzt geht es jetzt versuchen wir mal brachial gewalt es nur darum geht dass der eine baum im weg ist gucken wir mal ob auf die frage gewalt die antwort ja ist da es wird verballen wirft endlich Nein, Gewalt ist nicht. Nicht, die Antwort. Mist. Bleibt uns also nichts übrig. Nehme mal die Platten weg. Nein, aber zunächst hat es übrig, als die Treppe hier drüben neu aufzubauen. Nehme mal die Platten weg. Dieses Mal nur bis hierhin. Nein, das war zu weit. Das war nicht weit genug. Das war wieder zu weit. So, das war richtig. Genau. Oh, no. Oh, no. Um, 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 um. So, da liegen Steine rum. Da sind Steine. Wie viele Treppensegmente sind das jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Na gut, hier müssten neun rumliegen. Also sitz dir auch mal, ich will nämlich da oben an die Bäume ran. Na gut. Oh, da drüben waren noch Steine. Ja. Ist das jetzt euer Ernst? Und da kommen wieder vier Stück angerannt. Und du bist der Erste, ja. Was wollt ihr jetzt? Äh. Oh. Interessant. Zwei, die geschalten haben. Und vier, die nicht geschalten haben und wieder zurückgehen. Ja, wie baut man eine Treppe? Kommt schon, Leute. Jetzt klatscht ihr alle wieder weg. Dann fährt euch irgendwann wieder ein, dass ihr da was machen könnt. Da rennt ihr wieder zurück. Schöööööööö. Äh. Äh. Schööö. Ich würde eigentlich ganz zwischen den beiden Dingern hin und her eine Brücke machen, aber ne. Ach, kommt schon. Das sind noch, wie viel ein Stein, den ihr hier braucht? Kommt. Also, Bauarbeiter haben ich keine Lust. Und die stehen da und starren die Wand an. Wie sollen wir da hochkommen? Gibt keinen Weg. Ja, unsere Bauarbeiter machen halt keinen. So, jetzt solltet ihr einen Weg da hoch haben. Oh, sie gehen. Einer geht jedenfalls hoch. Einer will hochgehen. Oh, einer ist oben.